Sarahs Dad reichte mir die Hand. Ich bin übrigens Mitch, Sarahs Dad. Hi Mitch, ich bin Matt und sehr dankbar dafür, dass ich den heutigen Abend bei euch verbringen darf. Er winkte ab. Wir sind froh, dass du hier bist. Aurora ist seit der Nachricht, dass Sarah in diesem Jahr nicht alleine kommen würde, so glücklich wie lange nicht mehr. Du hast uns damit das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht, Matt. Während er das sagte, klopfte er mir dankbar auf die Schulter. Ich bemühte mich um ein Lächeln und sah dabei zu Sarah hinüber, die ein wenig zerknirscht in meine Richtung blickte. Offenbar hatte sie gehört, was mir ihr Dad gerade offenbart hatte. Aber es gab keinen Grund, sich in irgendeiner Form dafür zu schämen, fand ich. Schließlich hatten wir beide uns über Holly Match gesucht, weil jeder von uns seine Gründe hatte, eine Begleitung für das Weihnachtsfest zu bekommen. Meine sahen da ganz ähnlich aus, auch wenn es meiner Mom mehr darum ging, die Familiendynastie am Leben zu erhalten. Ob ihr dabei mein persönliches Glück auch so wichtig war, wie es augenscheinlich bei Sarahs Mom der Fall war, wagte ich jedoch zu bezweifeln. Ich bin derjenige, der sich glücklich schätzen muss. Das Fest, das eigentlich der Familie vorbehalten sein sollte, mit euch feiern zu dürfen, Mitch, erwiderte ich und blickte dabei hinüber zu Sarah. Meine Worte schienen sie zu erleichtern. Sie schenkte mir ein vorsichtiges Lächeln und sah ein wenig verlegen dabei drein. Ihre Wangen waren leicht gerötet, was ich sehr süß fand. Doch schon im nächsten Moment zog ihre Mom sie mit sich in die Küche, sodass ich keinen Blick mehr auf sie werfen konnte. Die Weinflasche nehme ich dir besser ab. Nicht, dass sie in einem unbemerkten Augenblick zu Boden fällt, sagte Mitch und zwinkerte mir dabei vielsagend zu. Offenbar war ihm nicht entgangen, wie intensiv der Blickkontakt zwischen seiner Tochter und mir war. Nun war es an mir, ein wenig verlegen zu sein. Ja, ähm, vielen Dank. Dr. Pepper war noch immer in seiner Box gefangen. Mittlerweile schien ihm dieser Zustand jedoch nicht mehr besonders zu gefallen. Er miaute, was das Zeug hielt, und kratzte gegen die Innenwände seines Gefängnisses. Trotz des Zwischenfalls am gestrigen Tag entschied ich mich ihm zu helfen. So wie ich es auch gestern vorgehabt hatte. Vermutlich hatte ich das arme Tier nur verschreckt.